Willkommen zurück bei Fallout 76, dem Meisterwerk, naja, von Bethesda. Ähm, hallo Jonas. Hallo du. Ja, wir wollten jetzt den Feuerwerk erklimmen. Wir sind dabei, würde ich sagen. Ich wollte auch mal die Regenfälle ein bisschen bewundern. Sieht geil aus, muss ich sagen. Definitiv. Wobei ich denke tatsächlich, dass das nur Texturen sind, die signalisieren, ah, da sollen Regenfälle sein. Dass das keine Echt wiedergaben sind. Ja, aber es ist ein nettes Detail tatsächlich. Alter, hier ist das, Alter, da leuchtet was und ist riesig und ist grün. Hast du es gesehen? Nein, wo? Da hinten. Oh ja. Siehst du es? Ich sehe es nämlich nicht mehr. Oder? Nee, Moment. Es leuchtet und ist grün. Und da laufen irgendwelche Gegner lang. Sehr viele Gegner. Orden von, Alter, wie viele Gegner sind das? Und alle auf, welchem Level sind wir? H22er sind dabei. Also wir müssen hier definitiv vorsichtig sein. Da leuchtet er. Hier, geradeaus. In der Richtung, die ich gucke. Da. Der, der da steht. Oder ist das nur so eine Leiche? Oh, und es... Ist das da? Das ist nur eine Leiche gewesen, ne? Ja. Alter, es hat gerade mega bei mir geleckt. Ich kriege gerade immer wieder Frame-Einbrüche. Par excellence. Same. Nee, aber gerade ist was riesiges Grünes vorbeigelaufen. So wie so ein Super... Hier ist eine Werkstatt. Aber ich weiß nicht, ob wir die beanspruchen sollten. Mit 22er Gegnern sollten wir uns vielleicht noch nicht so anlegen. Ja, aber hier gibt es guten Loot. Deswegen will ich wenigstens noch hier in diese Hütte gehen. Ja, ich meine, wir können auch noch ein bisschen weiter gehen. So ist das nicht, aber... Es geht mir darum, dass wir nicht eine Werkstatt beanspruchen, die wir definitiv nicht halten können. Ja, es geht ja hier nicht ums Halten, sondern ums Besitzen, dass wir unsere schweren Sachen ablegen können. Zum Beispiel einen Granatwerfer. Und hier ist eben jemand und es leckt wieder. Es leckt unglaublich gerade. Ja, immer wieder. Also es läuft flüssig und dann hast du so ein paar Frames, die ziemlich hart einbrechen. Okay, die ist in der Halle und läuft da oben lang. Der Brandtagläubiger. Läuft jetzt die Treppe runter. Kommt auf und zu. Kommst du mit? Hier. Zwei Stück. Oh mein Gott, das leckt gerade so unglaublich. Okay, 10mm Patronen. Okay, jetzt ist es wieder flüssig bei mir. Ja, es rüppelt immer noch. Also nicht... Ich darf da... Kann sein, weil wir ziemlich outstanding gerade sind. Ähm. Dass der Server gerade drunter leidet. Dennis, du hast doch einen Fusionskern, ne? Ja. Magst du mal gucken, was neben mir steht? Hm. Warte. Ja, nur ich kann keine Rüstung tragen, die ist noch zu hochlevelig für mich. Ja, aber trotzdem, schon mal nice. Alter, krass. Okay, dann kriegst du die in Poseidon. Dann gehen wir als nächstes, sobald wir den Skill haben, in Poseidon und du kriegst die andere. Oh, es kommen Kampfgeräusche. Oh, es kommen Kampfgeräusche. Gerade vorweg ist ein Gegner. Ja, und gerade lagst du da bei mir. Oh, 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 oh. Alter, alter. Oh, oh, oh. Ich muss gerade. Oh, 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 oh. Nein! Ich bin down. Oh, Gott. Kannst du mich kurz einmal wiederholen? Das ist nur eine kurze Animation. Ich will jetzt nicht in der Power-Rüstung verrecken. Oh, Gott. Ich gebe mir Mühe. 14 Sekunden, 13 Sekunden, 11, 10. Oh, du bist mein Retter. Dich mach ich platt, du. Ach, ich habe ja keine Munition mehr dafür. Egal, ich habe ihn, ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh, okay. Erstmal hier Reddix. Und Reddway. So ein Kerngleiror. Der eine Granate gefressen hat, das hat er nicht gejuckt. Da hat er ihn einfach nicht gejuckt. Okay, wir haben eine Power-Rüstung schon mal. Verdammt. Ah, verdammt. Was denn? Äh, warte mal. Ich muss mal kurz was gucken. Äh. Ähm. Warte. Alter, wir besitzen übrigens jetzt zwei Werkbänke, ne? Ich bin kurz mal in deinem... Ne, warte. Ich... Ich gehe kurz mal in mein Camp und bin gleich sofort wieder da. Halt mal kurz die Stellung. Ja, leh mich doch. Nein, ich... Sonst bleibt die Power-Rüstung gleich stehen, wenn die... Wenn der Kern leer ist. Weißt du? Warum hast du nicht dein Camp einfach hier hingeholt? Äh, weil da mein Zuhause steht und dann nicht direkt die Power-Rüstung da hinstellen. Ja, aber ich kann nicht schnell reisen. Aber ich kann dir wieder zurück schnell reisen. Aber ich kann nicht schnell reisen. Hörst du nicht zu? Ja, ist doch egal, ob du schnell reisen kannst oder nicht. Oder ich verstehe jetzt das Problem nicht. Ich komme dir jetzt wieder entgegen... Also ich reise jetzt wieder zu dir. Ja, aber das bringt mir nichts, wenn ich hier nichts habe, wo ich meine Scheiße unterbringen kann. Ach, das meinst du? Ja gut, daran habe ich nicht gedacht. Das stimmt. Es ist ja schön und gut, dass du deine Power-Rüstung saves, aber das bringt halt einfach nichts. Für mich. Okay. Ah. Ah. Gut, jetzt, da, gut. So, Map. Ich bin sofort bei dir. Warte. Hm? Ah, watsch. Ah, da. Schnelle Reise. Kann schon sagen. Was? Ich bin... Jetzt warten. Ah, 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 ah. Ja. welche munition brauchst du jetzt gerade habe ich 308 wie gesagt ich habe kein blei für 308 ich kann 38 44 45 10 mm und 5,56 mit ich habe ein bisschen was dabei ich habe kaliber 50 munition gekriegt ja 50 braucht auch blei kann ich leider gerade auch nicht herstellen leuchtfackel paddel bei schnitt ich bin im 38er mit und gibt dir dann ein bisschen was okay ich konnte nur einmal 18 herstellen gut okay ich komme zu dir wieder oh lord was passiert bei dir ist ein kranker wilder plünder nach google der mich schlägt ich kann nicht rennen weil ich überladen bin ich bin sofort bei dir im headshot gegeben wieso bist du da unten ich bin eigentlich schnell reise aufs matchdiller ist der typ tot kann oder ich sehe da hinten ein bist du denn hin schnucki oh gott jetzt sieht man sich wieder krankheiten zu wenn man offen rumrennt oh nice ich hab was für dich ich hab was für dich k-k-k-k-komm mal her so mehrere sachen einmal 38er warte die hälfte kreis 0 dann du hast 44er welcher ach nee du hast du okay doch nichts für dich oder möchtest du die gruben hauer handschuhe haben das sind nahkampf handschuhe waffen brauche ich nicht okay wenn ich wirklich was mit anfangen hast du es angenommen die 10 mm würde ich dann nehmen was soll ich denn annehmen ich bekam mit 44 nichts anfangen aber die hier handschuhe würde ich dann doch nehmen die sind schneller als meine erst meine nahkampfwaffe aber du bist kein level 20 oh jo braucht man ein level 20 für die ja so jetzt aber 38er gut ähm dann die 10 mm ok äh vielleicht noch nicht links rum ja erstmal verwerten würde ich sagen mir bleibt halt nichts anderes habe ich noch eine gasmaske dabei mh nein ja dann ach so schützt eine gasmaske vor krankheiten zumindest vor der luft ach deswegen bin ich nicht die ganze zeit nicht betroffen das erklärt's warte ich guck mal ob ich eine noch dabei habe weil ich hatte meine ich mehrere holz hatte blaue jacke ne leider nicht dabei sorry dann kann ich hier denn irgendwas abnehmen um es geht nicht da bin ich zu überlassen dazu überlassen wobei ich kann hier die gepolsterte blaue jacke da kann ich eigentlich mal eher hier ablegen du hast nichts am gewicht geendet okay ich bin ein gutes stück leichter geworden jetzt aber ich hab halt keine gasmaske wir müssen hier ja also lass uns zum bohrturm gehen wenn du bock hast ich kann halt nicht allzu lange da bleiben wo Dämpfer aus dem Boden auch ja hier sind keine genau aber da sind keine deswegen ich sagen gehen wir da hin hier zu diesem großen Turm ich hatte gehofft hier ist eine Waffe mit 50 kaliber aber du kannst jetzt rennen oder? ja ok das Ding sieht massiv aus liebe große Modelle in Spielen ne oh hallo achja wir müssen ja hier Level 6 Level 40 10mm Patrone 10mm Patrone oh die sind bei mir despawned und hier liegt wieder steht wieder einer ja aber der hat bei mir keine Lebensunzeige bei mir auch nicht hier ist ein Bergarbeiter guck mal Bauplan Spitzer gell Bergarbeiter Hut hm hm was ist das ein was bist du denn du siehst ja hässlich aus und du hast eine richtig kranke waffe pass auf lass dich von dem nicht treffen irgendwo oh gott da sind so viele obendrauf sind einige okay rückzug rückzug zu viel zu hohes level für uns zu hohes level die waffen die ordentlich ab ja level 30 okay wir gehen da nicht hin ja ich das sei erst so leer aus so leer und friedlich so lud war und ja seiten kampf event tatsächlich wir können schauen dass wir die auf entfernung gehen denkst du wir können die legen ich habe nicht genügend money und da ist irgendwas bei dir in der nähe ich habe halt aktuell 300 munition für mein jagdgewehr dabei also munition ist nicht das problem gerade mehr zweck axt bringt nicht viel ich brauche eine leicht erhöhte position ich habe Lust ist irgendeine auch in der nähe hier gibt es übrigens auch eine treppe hoch ne ja das sollten wir vielleicht aber nicht nehmen ich will nur weil du eine erhöhte position wolltest ja aber halt hier oben ist clear so erhöht dass ich halt auf die schießen kann dass ich relativ freie sicht auf die habe die schießen auf was anderes gerade hier ist noch einer aber ein 14er oh ja hier sind die bei ich komm ich komm ich komm ja muss mal da sind drei mittlerweile ja ah ok hier als wenn immer mehr da ich hab nur noch zwei gewinnen ich hab nur noch zwei gewinnen ja ich hab nur noch mal ja du bist du mal gerne das sind glaube ich maulwürfel schrot schrotpatron äh schrotdinger sind es einfach nur sind es einfach nur pump guns ja das was die jetzt hatten aber nicht das was die anderen haben das war irgendwas mit energie Warte, war unten ein Waffending oder ein Rüstding? Ich weiß es gerade nicht. Wobei ist auch egal. Einfach irgendwas zum Verwerten. Aber hey, wir sind eine Ebene höher, wenn du kommen machst. Ich hab ne Kettensäge. Näh. Doch. Kannst du sie auch benutzen? Weiß ich gerade nicht. Ich guck gerade noch, ob hier sonst noch was liegt. Aber... Kannst du kurz mal mitkommen? Hier in den Raum. Ich glaub hier in der Werkbahn. Nee, warte, was ist das? Ein Kontrollzentrum? Ist da irgendwas zum Verwerten von Waffen? Nee, leider nicht. Weil ich muss. Ich hab 19 Kilo Übergewicht. Ich auch. Ich... also ich weiß nicht, ob ich 19 Kilo hab. Aber dann gehen wir einfach wieder denselben Weg zurück. Hup! Entschuldigung, zurück. Ja. Hier runter. War das? Nein, das war der falsche. Hier ist die Treppe, die wir... Ah, okay. Das war in dem Wohnwagen oder wo war das? Dann bin ich sicher. War das nicht sogar... Gute Stück weiter. Nee, hier nicht. Oh boy. Alter, wuh! Irgendwann hart mit hier. Aber hier direkt ist nix. Okay. Das war, glaub ich, noch ein Stück. Wir dürfen uns halt jetzt nicht so auffahrt tun, ne? Naja, wir sind doch von hier gerade gekommen. Ist das ein Auto? Es ist ein Auto. Scheiße. Oh boy. Hier ist ein Tisch. Hier haben wir schon welche erlebt. Ach, ja. Äh, hier drin war das, glaub ich. Nee, nicht hier drin. Äh, doch, das war hier irgendwo. Weil ich doch, äh, mit der Luft nicht... nicht konnte und dann hattest du gefragt, ob ich denn rennen kann. Hm. Ja, irgendwo hier muss das gewesen sein. Ah, hier, vor. Okay. Huuuuh. Bergarbeiteruniform. Bergarbeiterhut. Da bringt mir nur leider nichts. Bleirockern weg. Ach, das ist nur... Ach, ich hab nur ne Mod für ne Kettensäge. Okay, schade. Ah, okay. Das ist hier am Beben. Äh, ist das, ist das ne Rüstwerkbank? Äh, ich glaube ja. Okay. Hm? Ja. Okay. Okay. Erstmal gesamten Schrott verschrotten. Wie viel hab... Okay. Einiges wieder freigemacht. Alter, ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf Jagdgewehre. Ja dann, hä, damit. Alter, ich hab ne doppelläufige Schrottflitte. Ja, ja. Gönn dir. Äh, warte. Waffen... Gib ich dir sofort. Jagdgewehr... Jawohl. Annehmen. Jagdgewehr. Du hast halt einfach nen Bohrer als Nagerpuff. Ich weiß. Geil, ne? Ja. Oh boy. So, Jagdgewehr, Jagdgewehr. Also wenn du daraus keine guten Mods gewinnst, ne? So. Nimm sie den. Und ich hab'n Improgewehr, was ich nicht nutzen kann, weil das erst ab Stufe 20 ist. Holy shit. Äh, ich hab' noch... Ne, hab' keine 10mm. Schade. Ne, was? Äh, kann ich die 15-308er haben? Was? 15... Die 308er Patronen, die du hast, die 15... Äh, ne, die brauch' ich... Ne, ne, doch, die kannst du ruhig haben. Stimmt. Die 38er brauchtest du, aber die kannst du aktuell wieder haben. Ich hab' da nur gerade Panic-Wise drauf gewechselt. Gerne, gerne. Gerne, dann mach' ich die 38er wieder. So. Gut. Ich probier' mal dann kurz aus, ob wie die... Ah, ne, erstmal hier werd' ich nochmal Gegenstände verwerten. Hm, Waffen. Pumpgun. Ach, ja, richtig. Pumpgun. Ja, du solltest auch die ganzen Gewehre jetzt. Und da guck' ich mal, was die Doppelläufige bringt, ne? Wahrscheinlich nicht so viel eigentlich wie meine aktuelle. Schrotti. Zustand fast im Arsch. Stufe 5, Schaden 55. Ich muss aber schon mal wieder in die andere Richtung laufen. Schaden 8... Warte. 80? 80? Okay, 80 klingt gut. Kann ich aber immer nur 2 haben. Wow. Was denn? Weil der Guld-Offizier ist wieder da. Hm. Oh, der war mir nen Ticken zu schnell. Alter. Alter, hast du das gesehen? Wir haben halt noch einen Atomschlag. Jaaaa! Hast du auch einen bekommen? Ja, beide Male. Alter, dann haben wir insgesamt schon 4 Stück. Wie viel brauchen wir? Für was? Was hast du vor? Um Atombomben irgendwo eventuell, wo der Dominik vielleicht steht, zu zünden und ihn ein bisschen zu erschrecken und ein kleines bisschen zu ärgern. Okay. So wie es halt gute Kollegen füreinander machen. So, dann gehen wir weiter auf der Richtung, von der wir uns vorgearbeitet haben. Ja, hier sind ja alle dead. Aber was denkst du? Ich denke das sind tatsächlich Maulwürfe, die Menschenform angenommen haben. Das kann gut sein, ja. Oder Bergarbeiter, die sich in Maulwürfe verwandelt haben. Wolltest du eben ins Zentrum da? Ich wollte... Da war ich schon. Ist nix wirklich. Kann man da nichts machen? Nö. Wir können aber auf die nächste Ebene tatsächlich und dann die ganzen OP-Typen hinter uns lassen und auf noch stärkere Typen teilen. Ich würde tatsächlich die OP-Typen killen wollen. Ja gut, dann los. Das war ja so der Grundgedanke, warum wir überhaupt hier auf die andere Seite sind. Um die doch irgendwie killen zu können. Äh, ah da. Achte auf dein Leben. Ja. Ich lauf zurück. Okay, ich hab nicht mehr viele Stimpacks. Wieso habt ihr das jetzt so auf mich abge... Alter, ich muss das nachladen. Schön. Alter, ein Ghoul greift an. Ja, der Ghoul hat sich fertig gemacht. Der Ghoul geht auf uns. Ja, deswegen hab ich den angeschossen. Ah, ne, nein, nein, ey, warte. Nichts machen. Und der geht wieder weg. Ja, die waren böse zu mir. Die haben mich angeschossen. Ich geh wieder durch. Ja, die sind alle tot. Schlüssel des Bergarbeiters. Schrotpatrone. Und der Kampfgang. Ui, Anzug schrotten noch. Alter, über Unsinn. Welche? Ja, ich hör's. Aber hey, wenn wir wieder Ghoul haben, ne? Kannst du kurz hier zur Seite gehen? Danke. Ja. Doppelläufiges Schmuck, bitte. Warte sowieso gerade. Mal kurz gucken. Ich bin wieder überladen. Hm. Ich hab noch 10 verdünnte Stimpaks. Ich hab auch noch verdünnte, warte. Ich hab die nur nicht auf mein... Rad gelegt. Ja, genau, genau. Stimpaks verdünnte hab ich nur 11, also. Hör auf. Hat die grad geredet? Das Ding? Ja. Ich hab leider dazwischen geredet. Das hättest du, glaub ich, auch nicht verstanden. Das hörte sich nicht... Nicht menschlich an. Ah, das nicht, aber nicht sonderlich verständlich. Das... Vieh... Die Viecher scheinen ja irgendwie ne... Gasmaske zu tragen. Hier ist Munition. Äh, Jonas, spring runter. Ich... Wirst du dieses... Tududun? Tudun? Spreit hier runter. Ja, das ist weder noch ein Offizier. Ja, der liegt hier tot. Ich hab noch einen von diesen Couts bekommen. Holy shit. Alter, wenn wir hier rausgehen können wir keine Ahnung wie viele Atombomben starten. Ich weiß nicht, wie viele Calls man braucht, aber ich glaube, den ersten Satz haben wir schon fertig. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zusammen. Ja, das stimmt. Oh, ich muss essen, sehe ich gerade. Ja, das klingt nach dem Plan. Essen und Trinken. Mauwurfsrattenhappen. Sagst du erst mal, die Boys, die wir killen, direkt essen? Natürlich. Okay, ich habe irgendeinen Bonus bekommen. Okay. Okay, gehen wir weiter. Warte. Äh, abgekochtes Wasser noch. Wow, wow, hier biebt es gerade. Okay, ich bin auch wieder im Gewicht, bin ich wieder, okay. Nee, doch nicht. Ah, nee, das war Sprinten, ich wollte schon sagen. Okay, nee, wir können wieder. Dann wieder dahin, wo wir hergekommen sind und... Nee, hier kannst du uns schon weiter nach oben. Wir kommen zurück. Ja, Moment. Ähm, hier gucken, ob hier noch welche rumgammeln. Nee, von da sind wir hergekommen. Ja, aber hätte ja sein können, dass welche rumgelaufen sind. Aber alter, wie viele Offiziere wir bekommen, ne? Schon drei Stück. Also einer ist irgendwo direkt hier. Von diesen Maulwürfen. Ist noch Munizier. Da, da, pass auf! Aber der macht nicht viel Schaden. Der kassiert auch... Oh, da kommt noch der Nächste. Ich glaube, die machen auch mehr Schaden, dadurch, dass die letzten Male immer zu viert waren. Mhm. Und dadurch, dass sie jetzt gerade einfach nur stillstehen, kann man den auch echt gut in den Kopf schießen. Schrotpatrone. Oben, Anzugfilter. Ist da vielleicht was für dich? Plastiklöffel. Ja. Eine super Lootverteilung, sage ich da. Groben Anzug, Schrott. Warte, da kommt was. Oh, hier! Wow, wow! Kam von unten. Ja. Hallo. Atemgerät. Super. Oh, Moment. Ich glaube, das ist Schrott. Oh. Scheiße. Weil unter Kleidung ist es nicht. Hm. Das ist jetzt ein bisschen so optimal. Egal. Ich glaube... Ah, ich muss die Doppelläufige Schiff hinternehmen. Warte. Gehen wir hoch... ... und gucken oben noch, ob da noch was ist. Äh, hier ist übrigens eine Munitionskiste, ne? Jonas? Ja, die habe ich schon. Okay. Die hatte ich dir auch angesagt. Oh, gut. Habe ich dich zugegeben. Tut mir leid. Dann gehen wir erst hoch und dann gehen wir rein. Warte, ich muss ein paar Sachen loswerden, sonst bin ich wieder zu langsam. Äh, von der Doppelläufe hin, gut. Dann kann ich die Bramgang, kann ich dann ablegen. Mähzweckachs brauche ich gerade. Den Bohrer will ich behalten. Ja, scheint wichtig zu sein. Hm, ja, 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 klar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Uah. So, verdorbenes Fleisch, verdorbenes Obst. So, ich kann wieder. Oh, aber... Uh, nein. Ich kann gerade einen Punkt verteilen. Oh, okay. Kann ich das auch? Ja, T. Und ich würde tatsächlich... Einmal Stärke nehmen. Um zu gucken, ob ich da... Ne, leider nicht. Aber Prübler, Schlage. Schläge mit Schusswachen verursachen 25%. Schaden jeder Stärkepunkt wie zweifel Schaden. Keine Fahre. Ah, oh, Messi. Ja, Gegenstände wiegen 25% weniger. Aber Schrottgegenstände. Ja, egal. So. So. Also von mir aus können wir weiter. gut und das machen wir auch in der nächsten folge bis dahin tschüss